Und hier ist noch irgendwo ein Teil, was ich für die Maschine schiebe. Ja. Das sieht man aber auch wirklich echt extremst schlecht, Leute. Okay. Okay. Wieder da rein. Okay. Und sie latschte einfach mal rein. Und schwupp. Erste Etage. Tag. Es gab ein Zahnrad. Endlich. Schon was. Da haben wir was für die Maschine gefunden. Sehr schön. Okay. Unglaublich. Durch dieses Loch in der Wand kann ich das Weltall sehen. Ist das nun wirklich? Ganz ehrlich, du bist gerade mit einem Wasser... Wasser... Jetzt fällt es mir nicht ein. Egal. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Mit einem Wasserfahrstuhl. So, jetzt habe ich das Fahrstuhl. Ist mir nicht eingefallen. Bist du da gerade rauf? Und dann wunderst du dich über sowas. Ach, den Schlüssel. Den brauchen wir auch ganz dringend. Ähm... Habe ich nicht. Will ich nicht. Habe ich nicht. Kann ich nicht. Allen anscheinend auch fehlt etwas Wichtiges in diesem Basrelief. Ja, das kann wohl sein. Okay. Hallo. Oh mein Gott. Ich bin hier nicht. Okay, hier fehlt ein Mosaikstück. Das ist ein Mosaikstück. Hallo? Ja, dann geh doch hier raus. Mensch. Okay. Also hier kann ich nicht mehr filmen. Dann gehen wir mal wieder raus. Hier. Da gehen wir auch nochmal raus. Und dann gehen wir mal hier hin. Nein. Gehen wir nicht. Ähm. Lass mich mal kurz überlegen. Was war denn dieses Zahnrad jetzt schon wieder? Oh, Hilfe. Was war das Zahnrad, Leute? Hier war kein Zahnrad. Dann will ich hier auch nicht hin. Was war denn dieses Zahnrad, bitte? Was war denn das Zahnrad? Oh, ich hab das Zahnrad. Was war denn das? Was war denn das? ich habe den faden verloren wo kann ich was im zahnrad ja ich vergesse immer dass wir hinkommen genau da gehört das zahnrad ein brett wir haben ein ja wir haben ein brett kubel das kästchen verfügt über zwei eindeutige löcher da gehört sicherlich etwas hinein haben wir noch nicht es ist sinnlos dass seine bloßen händen zerreißen zu wollen etwas starkes könnte mir weiterhelfen habe ich noch habe eine alle er kann nicht in loch macht ich ja alle ein stein stein könnte ich was kaputt noch haben wir denn hier irgendwie so wieder so ein artefakt oder so was war okay sammeln müssen ja warte mal kümmern mit der arme da haben wir so da haben wir einen hebel lasst mich raten wahrscheinlich hierfür ach so ich muss ein okay oben kaputt einige schlüssel fehlen da haben wir noch ein hammer den zweiten brauchen wir auch noch der regel bewegt sich kein millimeter ich auch etwas schweres um guten tag sehr freundlich von ihnen das schlüssel perfekt so dann können wir wieder daran gehen und dann haben wir das und dann geht das ding auf tatatata es war eine freunde mit ihnen geschäfte machen dürfen können wollen so was haben wir denn hier achtet ist ja immer noch der 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 ritter der keine dings hat kommen wir immer noch nicht weiter weil wir diese ruhe nicht haben haben wir jetzt noch irgendwo was was war und so guten tag lass mich raten natürlich hallo auch hier müssen wir eine rune haben die wir nicht haben so dann gehen wir mal nach oben haben wir auch noch keine rune das fehlt aber hier haben wir den stein ich finde das symbol das mit dem hervorgehobenen übereinstimmt drehe die platten um alle paare zu finden ok also suchen wir jetzt ja 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 seite ja nicht der jetzt hatte ich so komische schon hier sehen genau da das nicht aber ist es denn jetzt in k an sich nur stunden handeln also ich hoffe ihr habt zeit mit dem komischen das ist ein aufgeklappt ist sowieso mit geraten Okay. komische ding sehr schön oh mein gott eine leiche portal des universums interdimensionaler korridor der das vergessene land mit vier parallelwelten verbindet die festung der fünf welten bewacht das portal um das weltallportal zu bedienen benötigt man den kompass der fünf welten ein unbezahlbares artefakt das von dem orden der wächter bewacht wird das portal kann nur einmal alle jahrhunderte für ein paar tage geöffnet werden die alten sagten immer der regent des portals regiert das all aus und aus genau diesem grund darf das portal nicht in die hände des bösen fallen ist alles so ein bisschen einfacher als gesagt ich glaube hier kann ich gerade in ich habe eine wuner 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 Bis zum nächsten Mal.